Bitte, Hilfe! Kann mich jemand hören? Ich bin gefangen! Was ist passiert auf der... Sei vorsichtig! Das wird sie dazu bringen, sich in den jeweils anderen zu versetzen! Okay, genug. Showtime! Danke, dass du mich gerettet hast, Catnap. Super! Oh nein! Was ist das? Es hat endlich funktioniert! Das fühlt sich so giftig an! Oh nein! Was passiert mit meinem Körper? Das ist überhaupt nicht normal! Das war furchtbar! Oh nein! Bin ich eine Katze? Ich sehe cool aus! Catnap! Was ist mit meinem geliebten Körper passiert? Ich fühle mich so furchtbar! Oh Mann, beruhige dich! Machst du Witz? Ja, ich bin so aufgeregt, mein Geschenk jetzt Duckdale zu geben! Catnap! Was ist das? Guten Morgen, Duckdale! Du bist nicht her! Was? Natürlich bin ich das! Unmöglich! Wie geht es dir, Crafty? Bitte, iss mich nicht! Was ist los? Unmöglich! Duckdale! Ich bin... Crafty! Schau mich an! Ich bin eindeutig Duckdale! Ich vertraue dir nicht! Valera, okay! Lass uns mit dem Spiel! Okay! Autsch! Wer ist da? Du bist es! Guten Morgen! Duckdale! Möchtest du mit uns damit spielen? Ja, das wird... Oh mein Gott! Was ist los, Papa? Was? Sag mir nichts! Natürlich möchte ich mit euch spielen! Kinder! Geht nicht! Leute! Ich bin der echte, Duckdale! Du bist böse! Was? Schweig! Fang den! Ein perfekter Fang! Ja! Los geht's! Es ist alles meins! Ah! Mein Kopf! Ich bin kein Verlierer! Ouch! Mein Katzengesicht! Oh! Tut mir leid, Duckdale! Verletzt du mich wirklich? Ich will auch mitspielen! Kicken! Willst du das? Oh nein! Yeah! Danke! Seht ihr? Ich bin ein Gewinner! Okay, Leute! Fang das hier! Nein! Ah! Er ist nicht, Duckdale! Ich weiß! Ja! Ich schiebe! Aber Leute, ist es nicht offensichtlich, dass ich der echte Duckdale bin? Genial! Heiliger Stoßack! Hast du Duckdale gesehen? Ähm, klar! Er ist gleich da drüben! Vielen Dank! Hahaha! Endlich finde ich dich, Duckdale! Hä? Was? Wer ruft mich? Oh, das bin nur ich! Catnab! Hey, Bobby! Wir sind in Gefahr! Hilfe! Komm her! Danke dir! Oh, Critters! Warum glaubt mir niemand? Er versucht uns zu täuschen! Ja, sei still, Catnab! Du bist ein Versager! Oh! Brauchst du mir? Er kann dich nicht! Wie könnt ihr solche Dinge über mich sagen? Zeit, das Chaos zu beenden! Meine Freundin! Aus! Was hat er denn getroffen? Oh mein Gott! Das ist total! Was? Was? Oh Gott! Er ist der echte Duckdale! Duckdale! Das habe ich euch schon gesagt! Oh nein! Er ist der echte Duckdale! Das bedeutet nur, dass... Oh! Oh yeah! Das Abendessen ist bereits erwähnt! Und das ist der echte Catnab! Ah! Er ist der echte Catnab! 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 Ihr braucht jetzt meine Hilfe? Ja genau! Um Himmels Willen, ich werde euch nicht zur Hand gehen! Tschüss! Duckdale, bitte! Oh nein! Wohin wollt ihr? Seid ihr nicht mehr meine Freunde? Was zum Kuckuck? Hilfe uns! Ich fliehe hier nicht an! Du bist der Einzige, der uns rennt! Was? Das ist mir nicht zufrieden! So schon, Duckdale, bitte! Ist mir egal! Was können wir? Das ist es! Warte einen Moment! Was jetzt, Picky? Hilfe uns und bekomm ein Stück! Pizza? Na gut, lass uns das erledigen! Deine Herrschaft ist klar! Es endet jetzt! So lustig! Oh, Herr Linus! Hier gibt es nichts mehr zu retten! Nicht her! Ich kann dich retten! Soll ich? Wenn du es nicht tust, werden sie mich fressen! Ich möchte es tun, aber ich kann nicht, weil du böse bist! Ich verstehe, aber ich will nicht sterben! Das ist unfair! Ich meine, ich habe nicht einmal Beine! Okay, ich glaube, ich habe genug! Wir verschwinden hier! Was? Du hilfst mir? Ich bin dir mein Leben scheinlich! Du hast das Richtige getan! Vielen Dank! Was? Ich habe sie getan! Oh nein! Wir müssen hier raus! Ach, sieh sie! Wir sind uns Engel! Ich werde dich lassen! Was können wir nur gegen sie tun? Das ist es! Ich werde die Leichtraketen benutzen! Ich habe Hunger! Was ist das? Hör! Komm her! Oh mein Gott! Ich bin doch nicht bereit, ein gebratenes Hähnchen zu sein! Zu einfach! Was hat er damit vor? Hör! Das war etwas zu viel! Du hast sie besiegt! Mein Herr! Wo will ich das? Sie sind direkt hinter uns! Ich werde sie zeigen! Nimm das! Und sie ist die nächste! Das ist dein Ende! Und noch einer! Ich bin hier! Wir müssen uns beeilen! Meine Sorge! Keine Sorge, Freund! Ich kriege das hin! Ich kriege das! Oh nein! Munition leer! Für meine Güte! Was können wir jetzt tun? Ich bin da direkt vor! Es funktioniert nicht! Oh nein, das ist wirklich schlecht! Das darf so nicht enden! Hey! Was? Lea! Ich halte sie hier fest! Ist das jetzt dein Ernst? Gehe jetzt! Gehe jetzt! Das ist es! Ich weiß, was zu tun ist! Das wird funktionieren! Geschafft! Wo ist Crafty? Hör! 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 Ich werde etwas Zeit kaufen! Es ist so klein! Oh nein! Das ist meine Hälfte! Das ist Crafty! Wie konnte das passieren? Ich muss jetzt wirklich gehen! Es tut mir leid! Oh, Miss Kleines! Aber was war das? Unmöglich! Willst du mich fressen? Nein, ich suche sie! Bleib weg von mir! Warte mal! Bitte! Tu mir nicht weh! Hast du sie gesehen? Oh! Ich glaube, ich weiß! Heilige Kuh! Es ist sie! Sie heißt Crafty Kuh! Ja! Kennst du sie? Folge mir! Sie ist dort! Oh nein! Ich muss einen Weg finden! Aber sei vorsichtig! Es ist zu gefährlich! Ihr verdammten Critters! Ihr wisst nicht, dass es Zeit zum Schlafen ist? Du hast es geschafft! Jetzt müssen wir... Heiliger Strohsack! Wir kommen zu spät! Wie kann das sein? Crafty! Wir kamen zu spät, um sie zu retten! Es tut mir so leid, Kleine! Nein, das ist so unfair! Wir haben unser Bestes gegeben, Kumpel! Ich weiß... Was ist das für ein Schädel? Er sieht mir so ähnlich! Crafty! Was war das? Was war das? Unmöglich! So sind sie nach mir? Ich kann es nicht glauben! Sie ist am Leben! Crafty! Ich bin ja so froh! Ihr seid gerne! Komm her! Nur einen Moment! Ich wollte dir alles geben! Meine Beine! Super! Danke! Das ist großartig! Wir haben es geschafft! Bitte, Sohn! Tu das nicht! Verstehst du nicht, dass es zu spät ist, um um dein Leben zu betteln? Nein! Stopp diesen Wahnsinn! Ich würde alles tun, um zu behindern, dass dies passiert! Alles? Was ist passiert? Habe ich gehört, dass du alles gesagt hast, Papa? Was versuchst du zu sagen? Das hier! Wie konntest du das tun? Critters! Das wird ein Ende sein! Hast du mich so sehr... Schöne Zeit für... Smalltalk! Das ist es! Holt ihn euch ein! Endet es so? Es hat funktioniert! Dieser Junge wird bezahlen! Was? Wer bist du? Egal! Kannst du bitte diesen Hebel für mich ziehen? Ist dir leid? Natürlich helfe ich ihnen! Ich hoffe... Das reicht! Kennst du mich? Wow! Du hast es geschafft, Kind! Nun steh auf und tanze! Was hast du gesagt? Hast du uns wieder eingeschaltet? Du bist ein Monster! Es ist zu spät! Wer ist da? Das habe ich gesehen! Du bist ein Sturluszeiten, junger Mann! Es ist nicht so, wie es aussieht! Oh Gott! Ich bin hier weg! Fang mich, wenn du kannst! Wie langweilig! Komm her! Wohin soll ich gehen? Ich bin drin, aber du kannst dich nicht verstecken! Wenn es keine andere Hauptzone gibt... Wohin ist er gegangen? Komm raus! Er kann nicht weit sein! Lass uns herausfinden, wo er ist! Oh, Kleiner! Ich weiß, du bist hier drin! Före das nicht an! Wovor hast du Angst? Das ist keine gute Idee! Sag das zu ihm! Nun, du weißt ja schon, was ins Nächstes kommt! Nicht wahr, Kissy? Erfreug dich, Huggy! Sprech dein letztes Gebet! Ich muss hier raus! Noch nicht, Kissy! Das ist dein Ende! Warum öffnen sie sich nicht? Schwein ist zu viel, du Witsch! Ich werde dich verschieben! Das kann doch nicht passieren! Du böses Kind! Papa? Die Critters konnten mich am Ende des Tages nicht aufreißen. Aber ich bin froh, dich endlich vor mir zu haben! Das ist schlecht! Natürlich ist es das! Aus! Meine Chance zu rennen! Ich muss loswerden! Komm her! Rennen in dein Leben! Aber erst mal das Wichtigste! Ich werde... Ich habe nichts gemacht! Er wurde verprügelt! Armselig! Was? Oh nein! Ich werde es Mama erzählen! Ja? Vielleicht erinnerst du dich daran, Verantwortung zu übernehmen! Kannst du jetzt warten! Unmöglich! Glaubst du, das ist ein gutes Beispiel für die Kinder? Es tut mir leid! Ich werde dir Manieren beibringen, Doc Day! Du bist zu weit gegangen! Ich habe die Lektion gelernt! Du Loser! So ein Versager! Bin ich... Unmöglich! Lass dich in die Kraft kommen, wenn ich das halbgemacht! Schmeiß ihn euch! Er ist nein! Irgendwelche letzten Worte! Lass ihn nicht erfrischen! Das ist dein Erster! Du hast es verdient! Bitte nicht! Hilfe! Oh yeah! Du siehst aber gut aus heute, stimmt's? Das ist es, Mädchen! Er freue die Welt mit deinem Lektion! Da stimme ich dir zurück! Du siehst echt toll aus! Ich habe dir Rosen mitgebracht! Danke vielmals! Du bist ein toller Freund! Willkommen, meine Süße! Nicht schon wieder! Oh, du bist stark! Ich küsse dich nicht wegen ein paar Blumen! Was ist mit mir? Denkst du, du könntest mir etwas Liebe geben? Ich will es dir nicht geben, meine feste Freund auf Wiedersehen! Fester Freund? Kettnipp? Du bist der Hölle! Komm, lass es warte! Du bist wie es ist! Sie sind Ahnungssprache! Das ist unerträglich! Das gibt's nicht! Kann ich nicht akzeptieren! Ich gebe nicht auf! Ich weiß, ich kann es schaffen! Ich weiß, ich habe es irgendwo hier! Perfekt! Wie wäre es mit einem Kost? Verdammt! Ich habe seit gestern nichts mehr gegessen! Ich werde ohnmöchtig! Oh, Mama, ich glaube, ich habe noch etwas Thunfisch irgendwo! Thunfisch, das ist doch im Bett! Hört das nicht aus! Meine Güte! Das ist deine Lieblingssorte! Du weißt es, ne? Na klar! Scheiße, aber kein Problem! Danke dir vielmals! Pass auf, Baby! Ich zeige dir einen Dreik! Warum tust du das? Das ist nicht wirklich kein... Heiliger Knochen! Unfassbar! Wieso tust du das? Schäuble niemals an mir, Baby! Und du, Zeit zu gehen! Das wird nicht so! Du bist der beste Liebling! Du bist mir leid! Kettnipp muss irgendwas geplant haben! Und das, natürlich, das ist dein Plan! Es muss ihm runtergefallen sein! Ich kann ihn damit nicht davon kommen lassen! Ich muss sie warnen! Ich liebe deine Lieblingssorte! Es tut mir leid, wenn ich etwas grob werde! Hey, hey, hey! Nein, hey, hey! Oh nein, der versucht sie umzubringen! Das lasse ich nicht zu! Mein Schatz! Ich stelle weg von ihm! Er ist böse! Schau, er hat einen Plan! Nein, das kann ich nicht glauben! Baby! Warte, ich weiß nicht, wovon er da redet! Er übertreibt gern, weißt du? Lass mich das gehen! Es kann gar nicht so schlimm sein! Oh, verdammt! Das ist ja peinlich! Das war mein Plan, bevor ich dich traf! Da war ich ein anderer Mensch! Aber auch egal! So hätte haben sich meine Pläne geändert! Jetzt möchte ich, dass wir alle miteinander klarkommen! Hat die Liebe zwischen uns das Böse aus deinem Herzen vertrieben? Jetzt willst du eine glückliche Zukunft mit all unseren Freunden, Liebling? Ich kann's nicht glauben! Glaub ihm nicht, er ist ein Lügner! Bitte! Es tut mir leid, du bist der Beste! Vergeb mir den zweiten Lügner! Das ist noch nicht vorbei! Hey, du musst mir zuhören! Du trickst dich nur aus! Du willst doch die Lügen! Nein, ich versuche dich nur zu beschützen! Warum? Wie kannst du nur? Ich liebe dich doch so sehr! Kärtnipps Fußabdrücke! Ist das Blut? Was zur Hölle hat er getan? Ich hoffe, er achtet nicht darauf! Das klingt jetzt komisch! Ich hoffe, die zwei sind noch eine Weile beschäftigt! Er soll mich nicht bemerken! Was verbirgst du? Heiliger Bimper, meine Freunde! Nein, was hat er gemacht? Bitte! Was heißt, er ist auch hinterher? Ich muss ihn aufhalten! Baby, was machst du? Das Einzige, was ich liebe! Jagen! Und ohne den Idioten sitzt du in der Pfahle nun sterben! Der hat er recht! Du bist ein Monster! Der will fahren! Mach dir keine Sorgen! Der ist wahrscheinlich in seinem Zimmer und weint! Jetzt komm her! Ich hab Hunger! Wer war das denn? Wer ist das? Hör auf damit! Oder willst du noch mehr davon? Wer ist das? Daktel, ich kann es nicht glauben! Lass deinen dreckigen Finger von dir, Schwachkopf! Ich wusste gar nicht, dass du so mutig bist und Zulass sehnt! Na warte, jetzt zeig ich's dir! Ich hab keine Angst vor dir! Ich hau dir die Zähne raus! Daktel, sei vorsichtig! Ich kann es nicht ertragen! Was wirst du jetzt tun? Ohne deinen Spielzeug? Schluss, danke! Ich bin da! Wie kannst du es wagen? Ja, dafür wirst du bezahlen! Alles läuft nach Plan! Ja, ich hab meine große Klappe! Du denkst, es ist Spaß? Ich krieg dir was zurück! Denk nach! Das ist für sie! Mach mir einen Deal! Du schlägst nicht zurück und ich freisch dich in einem Hatschern! Wie du wünschst! Nimm das! Meine Pfoten auf! Hat es geklappt? Ja! Schöner Scherp! Hast du es gesehen, Babygirl? Ach so, hinter mir! No! Oh, sie ist so verserrt von mir! Oh, das ist richtig schlecht! Richtig schlecht! Du hattest deinen Spaß! Jetzt wirst du sehr haben! Ich bin weg! So weit! Du bist für mich riskiert! Ich kann nicht durchs Todes! Ich bin glöd, du Lügner! Lass in Ruhe! Hä? 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 Geh weg! Lass uns in Ruhe! Hörst auf euch zu wehren! Das ist euer Ende! Ja! Du bist gerettet, mein Liebling! Du hast mich gerettet! Wie mutig! Wow, juhu! Ich werde dich immer lieben! Bleib weg von mir! Ah! Endlich! Sicher! Hä? Was machen die da? Ich liebe dich! Ich liebe dich! Was macht die da? Da ist ein Monster auf dem Fuß! Da ist ein Monster auf dem Fuß! Der wird bald hier sein! Wir haben keine Zahnarbe! Oh nein, er ist schon hier! Hallo! Sorry, ich bin spät dran zu vielen Nacht! Oh nein, das war's doch! Wartet ihr auf jemand anderes? Sie haben beide geknochen! Sie ist wundervoll! Komm zu uns! Das ist meine Lieblingsstelle! Ja! Der Held ist so mutig! Wow! Sie ist so süß! Wir sind so nah aneinander! Ich frage mich, ob es okay ist, wenn ich... Was ist mit dem Film? Oh nein, er hat mich gefunden! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hey, fass sie nicht an! Wart ab! Ich werde dich retten! Perfekt! Du wirst es bereuen! Sicher und gesund! Hallo! Oh, du hast mich gerettet! Ich danke dir! Das war sehr mutig von dir! Das war doch nichts! Lauf schneller! Ihre Hand, sie ist so weich! Vielleicht ist das gar nicht so schlecht! Wir müssen was finden, wo wir uns verstecken können! Da vielleicht? Hey, jetzt sind wir außer Gefahr! Da bist du so süß! Hau ab! Oh nein! Oh nein! Hör auf! Da muss doch irgendwas sein! Oh, ich weiß, was zu tun ist! Die Show ist vorbei! Oh nein! Oh nein! Du hast es geschafft! Das war so cool! Also, wo waren wir? Beim besten Teil! Ach, bitte! Ich bin aber nicht jungsfrei! Und du bist? Ich kann dieses Verhalten nicht so lassen! Du siehst anders aus! Ich muss euch beide disziplinieren! Heilige Hälfte! Heilige Hälfte! Es wird eine schnelle Lektion! Wir müssen weg hier! Zusammen! Hey, hört ihr mir überhaupt zu? Komm zurück! Das ist eure eigenen Woll! Das ist dann eure Ausbildung! Oh nein! Jetzt darf ich euch aber! Hiya! Weg hier! Sei vorsichtig! Ja! Oh, ihr seid sehr ungezogene Kinder! Wo ist sie? Bist du bereit, Schatz? Müsst ihr leiden! Bitte tu das nicht! Unverschämte Kinder! Ich bin sicher! Dark Day! Bist du in Ordnung? Ja, du hast mich schon wieder gerittet! Das würde ich noch tausendmal für dich tun! Eine Sache musst du für mich tun! Was? Nein! Nein! Du schmeckst bestimmt gut, Abi! Du stinkige Katze, oder ich... Mach dich fertig! Dark Day! Keine Sorge, Baby! Das dauert nur eine Minute! Oh, du bist lustig! Setz dich und warte, bis du dran bist! Nein! Oh, das war keine gute Idee! Nein! Dark Day! Oh! Hilfe! Lass sie gehen! Verdammt! Ich weiß, du schaffst es! Ich muss sie retten! Wo bin ich? Dark Day! Ich bin allein! Das ist nicht wahr! Wir sind hier! Was ist hier da? Ich will sie hier! Stopp! Genau jetzt! Dark Day! Kommt her! Du bist mit mir zurückgekommen! Du bist der Beste! Und bleib unten! Jetzt bist du dran! Das werde ich dir nicht vergeben! Autsch! Der ist ja so mutig! Du inspirierst mich, mutig zu sein! Alles klar, Held! Komm und hol es dir! Nein! Ich wollte Teil deines Lebens sein, aber wenn du nicht weiter verarschen willst, dann willst du offensichtlich dann sterb! Ich kann nichts tun! Keine Sorge! Dark Day, halt durch! Es war schön! Ich glaube, ich liebe dich! Was sagst du? Auf Wiedersehen! Du hättest mir einfach vertrauen sollen! Jetzt! Welchen Teil der Quatschung? Ich liebe dich! Was hast du getan? Nun, das passiert oft! Dark Day, ich konnte dich verstreiten! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Wow! Was zum Henker ist das? Dark Day, ich konnte dich nicht retten, aber ich verspreche! Ich werde dich rechnen! Das geht hier vor! Okay, nun bekommst du, was du verdienst! Das ist für Dark Day! Nein, mein Lieber, das wird so nicht enden! Catnip! Mach dich bereit, dumme Katze! Oh, du bist ja zu spiegeln! Geiz, Maul und stirb! Das ist es! Komm zu mir in meine Knalle! Du hast bereits verloren! Mein Lieber! Woher kommt dieser Geschwindigkeit? Katze! Weg mit dir! Endlich! Dieser Ort ist ohne dich besser dran, du Flo-Schleuder! Dark Day, es tut mir wirklich leid! Wäre ich vorhin stärker gewesen, könnten wir jetzt zusammen sein! Oh, warum ist der so süß? Alleine wie er geht! Mein Herz schlägt aus meiner Brust, ich kann nicht atmen! Okay, diese Batterien sollten genug sein, um die Tür mit Strom zu versorgen! Los geht's! Ich hoffe, es funktioniert! Ja, es hat funktioniert! Oh nein, das sieht sogar noch besser in echt aus! Wer ist da? Komisch! Ich dachte, ich hätte jemanden gehört, aber egal! Okay, letzte Batterie und dann beginnen wir mit Phase 2! Ich habe mich lange darauf vorbereitet! Mal sehen, was uns auf der anderen Seite erwartet! Spiele, lass uns einen romantischen Abend verbringen! Es ist dir leid! Geh weg von mir! Lass uns das nicht noch einmal tun! Oh mein Gott! Warum hast du das getan? Wohin gehst du? Du kannst du rein! Warum versuchst du es immer wieder? Ich bin mir sicher, dass unsere Sache nicht funktionieren wird! Komm schon, ich muss zur nächsten Tür... Was? Geschlossen! Hilfe! Oh, Spiele! Ich habe eine Überraschung für dich! Komm schon, es muss einen Ausweg geben! Ich habe dir Blumen gekauft, nimm sie! Ah, bitte funktioniere! Das sind deine Lieblingsblumen! Aber warum bist du so? Er hat sie abgelehnt und sie raucht ganz gut! Oh Gott! Ich habe es geschafft! Auf Wiedersehen, Misty Light! Ich könnte fast ein bisschen tanzen! Au, au, au! Wirklich? Spiele? Ich fühle Schmerzlinge in meinem Bauch! Ich brauche, dass du mich kippst! Komm schon, mein kleiner Kuss! So wird da wehgehört! Hör auf, mir nachzujagen! Also, wir machen es auf die harte Tour! Du wirst meinen Seinspieler meins allein! Was im Teufel war das alles? Ihre Lippen waren zu nah! Super! Die Tür ist offen! Spiele? Du siehst doch nicht etwa nach einem Ausweg, oder? Ist die Leid? Hör jetzt auf damit! Warum musst du mich so belästigen? Wir haben noch eine offene Rechnung, du und ich! Du wirst hier nicht so leicht loswerden! Verschwinde! Ich akzeptiere es! Wir sind keine Leidenschaft! Oh, Beine! Lass mich jetzt nicht entschuldigen! Komm zu mir, Süßor! Du warst süß durch das Megafon! Du hättest eingeschlossen bleiben sollen! Komm schon, Spiele! Ich wollte dich persönlich treffen! Es war Zeit, sich Angesicht zu Angesicht zu sehen! Äpfel, 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 äpfel! Geht aus! Du kannst dich für immer vor meiner Liebe davonlaufen! Ich sehe es vor, singen zu bleiben! Gut! Was mache ich denn schon? Nichts, bitte! Aha! Warte, Spiele! Es ist mein Gesicht, oder? Hey, Moment mal! Nein, es liegt nicht an deinem Aussehen, Misty Light! Sieh mal, ich war nicht immer ein Monster! Bist du das? Natürlich bin ich das! Oh, es tut mir wirklich leid! Lass mich das hier aktivieren und ich werde es öffnen! Ja, ich würde es schätzen, wenn du es so leidest! Es ist nur so! Es tut mir leid, ich kann es nicht tun! Nein, warum? Du bist nicht mehr das Mädchen auf dem Foto! Ich bin im Inneren immer noch die gleiche! Nein, ich glaube nicht! Gut, du hast dir das selbst eingebracht! Ja, da ist das Ende des Länders! Du bist keine gute Person, Spieler! Was? Wie bist du hier rausgekommen? Du hast mich unterschätzt und mich nach meinem Aussehen beurteilt! Ich bin es gleich abgelehnt, um ehrlich zu sein! Ah, du bist verrückt! Zeigling! Du kannst mich nicht zwingen, es zu tun, Misty Light! Das kann ich! Und ich werde es! Ah, es brennt! Das ist nicht die Flamme der Liebe, das ist die Flamme des Abschieds! Also tschüss, der rücktes Mädchen! Das ist Betrug! Wir hätten glücklich sein können, aber du hast Angst vor der Liebe! Ich habe Angst vor deinem Mangel an Vernunft! Ich bin weg hier! Ich will dich nicht in meiner Nähe haben! Du musst dich nicht so einfach entkommen! Nicht nach all der Mühe! Das endet hier! Ich werde die Tür schließen! Tut mir nicht weh, bitte! Gib mir eine letzte Chance! Nein, das werde ich nicht! Und Misty Light, bitte weine nicht! Du hast mir das Herz gebrochen! Nein, ich habe es nicht so gemeint! Es ist nur so, dass... Ich muss die Tür schließen! Hans, du bist ein Narr! Du hattest deine Chance, wegzulaufen! Ich werde dich fertig machen! Runter! Wiedersehen! Nein, Spieler! Öffne die Tür! Ich habe Schmerzen! Ich wohne! Misty Light! Er wird dich finden! Lass mich in Ruhe, bitte! Ja, ich habe ein neues Spiel zum Spielen! Ich möchte nichts mit dir spielen! Verdammt, Katnab! Was willst du mit mir machen? Was los, Doktor Eivohin? So eilig! Katnab, wir können reden! Es ist mir egal, was du sagst! Was werden die anderen denken? Ach, vergiss sie! Sie spielen eine andere Rolle in meinem Plan! Du wirst sehen! Ich würde mir eher Sorgen machen, was mit dir passiert wäre! Das ist eine rote Kasse! Hör sofort auf damit! Im Namen aller Knochen! Jetzt muss ich nur noch gut erstellen, dass du nicht gekommen kannst! Deine Beine singen köstlicher Huss! Lass mich los! Sei kein Drama Queen, es wird ein bisschen wehtun! Was war das? Er hat so geschrieben! Das war so ein bisschen wie aus einem Horrorfilm! Das war gruselig! Was ist passiert? Ich bin gefangen! Was für schreckliche Dinge plant, Katnab zu tun! Er hat es wirklich getan! Meine Beine! Was für ein Monster würde das tun? Das ist das Ende für mich! Oh, Leute! Leute! Guten Tag! Er ist nicht mehr zu sehen, wie auch immer! Ich brauche, dass ihr alle eine kleine Sache für mich erledigt! Oh, ja! Ich bin froh, dass ihr kooperiert, so wie er hat! Oh, ja! Was ist denn für Leia? Ich bin am Verhundern! Ich habe ein Festmahl gesehen! Folgt mir! Das geht gut! Das Geräusch kommt von hier! Was ist mit dir passiert, Kumpel? Lass mich in Ruhe! Sieht schrecklich aus! Ich muss einen Weg finden, ihm zu helfen! Lass mich einfach so! Er wird bald zurückkommen! Hey! Hast du Durst? Hier, trink etwas Wasser! Okay! Ja, ganz langsam, guter Junge! Du warst sicher durstig! Oh! Ich bin froh, dass es dir gefällt! Danke! Alles klar, aber... Er sagt, das war schon nicht schlecht! Sehr gut, Kumpel! Fühlst du dich besser? Alles klar, alles klar! Du bist sehr durstig! Ich habe etwas, das dir gefallen könnte! Ich bin zurück! Das wirst du lieben! Ich kann es nicht glauben! Es ist mein Lieblingsessen! Genau wie ich dachte! Also, Leute! Ich habe es hier! Alles läuft nach Plan! Oh, ja! Das gefällt dir nicht, wahr? Du bist ein so guter Junge! Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Spielzeug! Du bist zurückgekommen! Das Mittagessen ist da! Leute, lasst uns essen! Ah! Nein! Was zum Teufel macht ihr da? Hey, warum macht ihr das mit ihm? Hör auf! Weg von ihm! Diese Krütter sind so böse! Hey! Hör sofort auf! Hört ihr mich nicht? Kein Mann muss hypnotisiert haben, Gereck, bevor dir etwas passiert! Auf keinen Fall, Kumpel! Ich werde dich beschützen! Ich werde wacher stehen und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, werde ich dich befreien! Oh nein! Lecker! Du hast es geschafft! Ich habe es dir gesagt, alles wird gut! Dieser verdammte Mensch! Ich werde Ihnen zeigen, was passiert, wenn man sich in meine Pläne einmischt! Ein bisschen rautes Gas sollte das erredigen! Solange ich hier bin, würde ich nie was betun! Oh, ich fühle mich komisch, Gretner! Wow, was für ein gefährliches Spielzeug! Du könntest jemanden damit verletzen! Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich werde es nehmen! Nun, Dog Day, wollen wir mich überhören! Oh, wir sind Freunde! Was passiert hier? Äh, Dog Day! Äh, wie kannst du mir das antun? Haltet durch! Ich werde dich retten! Was ist mit meinen Händen passiert? Gekoppelt! Du vergesst mich, du musst entkommen laufen! Was? Eigentlich fühle ich mich sehr gut, aber ich habe Hunger! Du wolltest mir helfen? Komm her! Gekoppelt, was ist los mit dir? Ich bin's! Was bin ich getreten? Die Feuerhand! Komm schon, Spieler! Warum machst du es dir nicht einfach? Es wird nur ein Moment nach links! Bring ich dich dazu! Ich will das nicht! Du, ich werde Spieler! Ich kann es kontrollieren! Zumindest Feuer! Lukas, bedeutet das, dass ich dich retten kann? Dich wieder normal machen? Nein, ich kann es nicht lange kontrollieren! Spieler, du musst es tun! Du musst mein Leib ernten! Was, Kumpel? Ich kann das nicht tun! Nun, dann werden wir dich aufressen! Spieler, es gibt keine Zeit zu verlieren! Verdammt, du bist mein Freund! Ich kann das nicht tun! Es war nicht viel Zeit, aber ich habe es wirklich genossen, sie mit dir zu verbringen! Für einen Ort des Spaßes ist dieser Ort ziemlich grausam! Du warst die erste Person seit langem, die mich gut behandelt hat! Ich habe wirklich geliebt, wie du mich gestreichelt hast! Du bist so gut darin! Also sei nicht traurig deswegen! Du hast mir die besten letzten Momente meines Lebens gegeben! Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen zu gehen, nachdem ich eine so wunderbare Person kennengelernt habe! Ich werde mit diesen kostbaren Erinnerungen fortgehen! Spieler, mein Freund! Auf Wiedersehen! Oh Gott, ich brauche etwas Hilfe, um hier rauszukommen! Du? Oh nein, ich werde dir helfen! Komm schon, geh auf die Kante! Sie gehören uns! Unmöglich! Wir sind in Gefahr! Weiß nicht! Weiß nicht, bevor es zu spät ist! Ich habe es geschafft! Jetzt dieser hier! Autsch! Geht es dir gut? Du bist frei! Danke, Spieler! Das weiß ich so! Was soll ich tun? Das ist euer Ende! Oh nein! Fass mich nicht an! Nehm das! Wer ist als nächstes dran? Wer möchte mich an? Wer soll mich an? Ist das alles, was ihr könnt, Quidders? Natürlich nicht! Das kann doch nicht sein! Lass mich los! Moment mal! Misty Light! Mach dir keine Sorgen um mich! Bitte dich selbst! Nein! Los! Schnappen-Missions! Sie kommen! Wir müssen gehen! Ich bin machtlos! Ich werde hier! Lass mich dir helfen! Danke, Spieler! Guter Junge! Oh! Los geht's! Sie kommen näher! Komm so fort! Du rück! Lass sie nicht entkommen! Das ist schlecht! Vorsicht! Ich habe dich! Meine Güte! Autsch! Misty Light! Spieler, es ist für mich jetzt zu spät! Hätte dich! Sag doch nicht sowas! Ich stelle mich hier in der Gegenwissen! Warte! Warte! Schnappen-Missions! Scheint es hier! Schon besser! Miss! Sie sind so schnell! Danke für den Fassungen! Sie sind so schnell! Es tut mir leid! Ich bin schwarz auf dich, braver Junge! Nein! Misty Light! Sie sind auch gut, aber ich... Ich bin schrecklich! Er kann es noch werden! Nimm da! Schau auf! Ich bin schrecklich! Ich bin schrecklich! Hörter! Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist! Aber ich muss mich hier und jetzt meinen Ängsten stellen! Ich bin schrecklich! Willst du uns bekämpfen, Feigling? Ich bin in der Unterzahl! Wer ist die der Feigling? Kluge, warte, Kleiner! Ja! Und nicht stark! Ich werde euch zeigen, was Gattbarkeit bedeutet! Nehmt das! Er ist stark! Nach viel Ruhe! Nein! Oh Gott! Ihr solltet lieber aufgeben! Niemals! Nicht zu unterschätzt, war der größte Fehler! Es ist doch vorbei! Kluge, 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 kluge! Oh mein Gott! Wir kommen nicht durch! Ich brauche... Oh! Mein Morgenstern und meine Beine! Ich habe dich vermisst, Barbie! Ja! Ich bin endlich bereit! Ihr könnt doch keine unausgeglichenen Kämpfe in meiner Klasse führen! Ich werde euch bestrafen, ihr bösen Kinder! Hör auf damit! Vielleicht liebt was? Hast du mich vermisst? Oh nein! Heilige! Ich kann euch banieren, weil... Ja! Ja! Das solltet ihr! Geht's dir gut, Hänger? Mein Kopf schmerzt ein bisschen, aber du hast mich gerettet! Wir haben es zusammen geschafft, Spieler! Danke dir! Danke dir! Schöne Beine!